Ey Senor, ist Import-Qualität aus Mexiko, Senor, müssen Sie sich bei dir einstellen. Scheiß-Qualität. Gib mir ne Waffe, ne richtige. Ich bin so, okay, der. Sie können Ihnen jetzt erklären, dass die Waffe wunderschön ist. Okay, der. Ich zeig Ihnen mal die Qualität, Senor. Letztertun ist wieder schön schnell. Loll. Das macht fast keinen Plan, oder, der? So, what the fuck? Sie sind nur heil im Kopf, oder, der? Hast du dir gerade in den Kopf geschossen, du hast dich? Hast du...